So, und da sind wir auch schon wieder... Au! Zur nächsten Überraschung. Wollen wir erstmal in den nächsten Ladebildschirm. So viele Kammern sind es ja gar nicht mehr. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Ich bin zufrieden. Oh! In jedem Fall glaube ich, dass wir auftöten. Mach weiter! Okay, ansonsten ist es... ...wür eigentlich runterfallen. Ist da noch irgendwas? Monitor? Neu. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Da drin sind Turrets. Da ist ein Monitor. Ach, das ist anstrengend. Und ich kann mich an diesen Raum... ...woah, innen an. Dann habe ich gesehen, wie es... ...im... 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 Ich glaube, das war falsch. Wie komme ich hier eigentlich wieder zurück? So komme ich nicht, muss ich hier ein bisschen Sprunggel hinmachen. Dann komme ich auf jeden Fall schon mal wieder zurück. So, dann haben wir jetzt hier schon mal einen Rückweg. Jetzt gehen wir erst mal rüber gucken. Oh oh. Oh 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 oh. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Back, back. Hm. Okay, wenn ich mit dem Clibber rüber fliege. Was kommt hier an? Wo kann ich es rumlenken? Nirgends eigentlich. Ich muss direkt hier absetzen. Wie komme ich jetzt rüber zum... So. So. Ach so. Okay, okay, okay. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Also hier und da und dann drücken. Und hier. Ich habe es um den Clibber rüber. Das war falsch. Aber jetzt muss ich etwas mehr mitnehmen. Ich fliege mal direkt mit. Und hier. Raver. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Lass mich raus. Kann ich es hier hin machen. Und ich muss einfach nur umsetzen. Ich hab's verkackt. Ai, 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 ai. Das Lustige an der Sache ist, ich muss noch so gut treffen, ich darf nur zwei Turrets kaputt machen. Maximal. Ich hasse diesen Raum jetzt schon. Wow, das war blöd. Das war sehr blöd. Egal. Das ist anstrengend. Das Bomben muss mal in den Strom jetzt. So. Jetzt hier rüber. Was geändert werden muss ist... Warum? Oh, nee, Quatsch. Das muss gar nichts geändert werden. Erstmal muss ich... ... 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 Spiel speichern, speichern. Dazu muss ich erstmal auf die richtige Höhe herkommen. Ich glaube ich hab's verkackt. Ich muss da wieder rüber. So. Wenn ich das dann lasse und dann... ...hier hier noch... ...und dann nicht reinfallen. Ich will nur reingucken. Eieieiei. Okay. Einen Sprung schaffe ich ihn nicht. Wollen wir mal Kamikaze machen. Nein, funktioniert definitiv nicht. Ich brauch diesen einen Turm. Der muss den Monitor zerstören. Das heißt, ich müsste da irgendwie rüber. Krieg ich irgendwo hier einen Würfel? Nein. Kann ich mich irgendwie... Stürzen. Wo sind wir? Kann ich jetzt zu hoch gehen, bin ich... ...nicht tot? Glocken. Glocken. Ach, ich kapier's nicht. Vielleicht habe ich auch gerade die Falschen getötet. Ich muss da irgendwie rüber. Wäre ja richtig einfach, wenn ich da reinkommen würde. Trüben vielleicht muss es... Was wir übersehen haben, können sich da irgendwas... Nein! So, das ist ja auch nicht, um da reinzuspringen. Da hochspringen komme ich jetzt auch nicht, ne? Nö. Ich kapier's nicht. Was ist hier, wenn ich da drauf drücke und geht das da auf? Und das brauche ich sogar, glaube ich, weil ich muss da reinbauen. Oh, was soll ich denn... Oh, das ist ja auch nicht. Du hast ja auch nicht. Töhti-töhti... 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 Natürlich nicht aktiviert. So rein, selbst vor der Richtung, aber immer springen. Äh, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Ich muss irgendwie aktiviert werden. Hm, 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 hm. Bündet, bündet. Ich kann den auch nicht wegblockieren irgendwo. Hippie. Nee, nee, nee. Hm. Oh ja, dann... Keine Ahnung. Ich mach jetzt hier mal Schluss und ich guck mir das Video nochmal an, wie das funktioniert. Bis zur nächsten Folge.